Wie jetzt? Wo ist denn der? Da kann ich mich heilen? Das ist wunderbar. Oh, das ist so super. So. Oh, super. Das wird auch immer teurer, ne? Oh, oh, oh. Meins, meins, meins. Ja. Das ist blau und das ist rot. Und das ist ein Totenkopf. Da drüber ist eine Bombe. Ja. Äh. Kann ich euch irgendwie verschieben oder so? Oder? Kann ich irgendwie... Ja. Oh, cool. Gumbrinchen. Magst du uns was dazu erzählen? Ein Hinweis, bitte? Zwei Felsen. Einer mit rotem und einer mit blauem Bart. Wie Brüder, oder? Der Kleine ist wie du. Und der Große? Das ist Rigi. Aber die schauen so böse. Ja, wieso schauen sie so böse? Und sonst? Zwei Felsen mit einer... Achso, ja, ja. Ich kann das Ding hier ja... Achso, ein großer Felsen. Von hier sieht er wie ein Schädel aus. Ein Auge ist hohl, als soll da etwas eingefügt werden. Und was? Eine Kokosnuss vielleicht? Eine Bombe. Aber wir haben keine Bombe? Hä? Verstehe ich das wirklich? Was? Ich weiß gerade nicht genau, was ich hier tun soll. Warte mal. Ha! Natürlich, der... Der wurde doch eingekreist. Ha! Oh! Schätze, diese Geister haben mir ziemlich übel zugesetzt. Aber Mario, ich muss dir noch sagen, es war richtig, mit dir aufs Meer zu fahren. Es tut mir nur leid, wegen meiner Flasche vom Schiff. Wegen der Flasche mit Psycho... Psycho-Blub? Ich wollte sie nach der Landung auf der... Auf der Insel trinken. Sie ist auf dieser Insel. Habe gesehen, wie die Flasche auf dem Wasser trieb. Wenigstens einen Schluck wollte ich trinken, bevor... Ohaha! Mein Psycho-Blub! Jetzt sollen wir... Ah! Ich habe die Flasche gesehen, du! Ich weiß, wo die Flasche ist. Aber ich komme da nicht ran. Bitte, Mario, bring mir... Ja, okay. Ah! Wieso immer ich... Ich muss doch da irgendwie... hochkommen. Oder, vielleicht erzählt uns Gumbrina was? Das ist eine Hängebrücke, aber ich möchte nicht von oben runter sehen. Warte mal! Ja, 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 ja! Ich werde ja schon nervös, wenn mir das nur... Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Na? Ah, super. Icepower! Kein Schaden beim Sprung auf brennenden Gegner. Ja, das ist ja schön, aber das ist nicht sein Psycho-Blub. Das ist doof. Hm. Finde ich ja jetzt echt blöde. Tja. Ne? Okay. Das soll ich dir wirklich bringen. Mit, Mario, bring mir den Psycho-Blub. Oh, ja, grap. Erzählst du was? Bartum, der Seebär. Er gehört zur Mannschaft unseres Schiffes. Er ist auch auf dieser Insel gestrandet. Und er hat nur noch wenige KP. Ob wir ihm wohl noch irgendwie helfen können? Ja, mit seinem Psycho-Ding. Aber ansonsten... haben wir ja nichts. Also müssen wir doch wieder zurück. Hin und her. Hm. Auf dem Weg hierher ist mir die Flasche auch nicht aufgefallen. in dem ist bestimmt irgendwie am Strand gelandet. Oh, heppa. Heppa. Tja, das habt ihr davon. Ich hab aber eher gesagt, äh, weniger Lust auf euch. Deswegen will ich das hier schnell hinter mich bringen. Ha. Das läuft doch sehr gut für uns. Ja. Was machen wir denn da? Hör mal. Hopp. Sehr schön. Der leichteste Kampf ever. Oh, oh. Level up. Level up. Ganz vergessen. Und ich glaube, beim nächsten Mal mache ich die KP wieder hoch. Dabei habe ich schon einen KP Plus angelegt, glaube ich, oder? So. Mario nimmt keinen Schaden. Okay. Auf jeden Fall. Äh. Hm. Mhm. Ja. Ha. Okay. Hüpft so rum, das Ding? Ey. Hüpft so rum. Und hat sogar einen Pilz dabei. So, jetzt möchte ich mal ein paar Sachen hier ausprobieren. Den Eisschlag kennen wir ja schon. Was war das andere? Orkansprung. Bei richtiger Anwendung trifft Mario auch seine Luftgegner. Cool. So. Und wir haben ja so ein Teil angelegt, was uns ermöglicht, äh, auch auf Feuer zu springen, wenn ich das richtig gelesen habe, ne? Aber wir wollen jetzt erstmal den Kleinen hier platt machen. Ja, Gumbrina, du hast hier ein bisschen die Arschkarte gerade. Du verteidigst mal. Oh, hier. Autsch. So. Ja, doch. Ja, komm. Nochmal. Der beißt dann wieder oder sowas. Mit dem Hammer drauf und dann hat sich das. Na? Fällt es einfach um. So, her mit den Münzen. Die brauchen wir ja auch dringend. Hatte. Dass die alle wieder da sind, nervt mich. Da ist nervt. So. Gut. Wir wechseln dich am besten mal aus. Du hast nicht getroffen. Du hast nicht getroffen. Weißt du was? Du auch nicht. So, was ich mal machen könnte. Aber ich glaube, ich hab... Ich hab Charge gar nicht mehr angelegt. Ja, dann lassen wir das eben. Vielleicht treffen wir ja. Nö. Aber cool war's trotzdem. Du tust auch nicht. Hey. Ich find's gut, dass sie grad keinen Gifthauch mehr machen. Gut. Wie wär's mit nem Eisschlag? Schade, dass er nicht eingefroren ist. Und die Menge tobt. Pam. Und dann schnell zurück zum Strand. Neun Sternenpunkte. Oh, oh, oh. Meins, 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 meins. Ahornsirup. Ja. Stell zehn Blütenpunkte wieder her. Super. 40 Münzen. Das klingt sehr gut. Na. Boah. Ich hab Reaktionen wie ein Waschbär. Na gut. Orkansprung. Nee. Das ist das. Oh. Ich möchte's so gern ausprobieren. Ach, Mist. Fällt einfach ein Eimer ins Publikum. Zur Strafe. Weil ich nicht richtig gedrückt habe. Ich krieg euch aber noch. Mist. Nein. Nein. Nein, 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 nein. So viele Schafe. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ding Dong. Läuft noch eins hinterher. Ah. Das kann ja was werden. Gut, immerhin ist Mario wieder wach. Und jetzt machst du das mal bitte richtig, ja? Ja. Na, also. Gut. Gut. Kupio, wenn du wieder aufwachen würdest, wäre das sehr toll. Denn wir haben ja ein kleines Problem. Fuzzy Alarm. Nein. Ich will nicht mehr. Da kannst du derweil vielleicht ein bisschen wecken. Das wäre gut. Okay, so wird das nichts, wenn die sich ständig wieder heilen. Deswegen. Ja. Deswegen was? Das möchte ich nochmal ausprobieren. Einfach so. Weil ich mag. So, da ist der Stern. Oh. Yeah. Riesenkreis. Und nochmal. Ich kann das ja mehrmals machen. Ja. Und nochmal. Oh. Na, komm schon. Ich mag die Attacke. Kostet zwar viel, aber reißt auch viel. Nein, ich will nicht. Moment. Können wir dir nicht irgendwie ein bisschen ausweichen? Geh weg. Na, 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 na. Nein. Geh weg. Geh bloß weg. Na, 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 na. Am Arsch, kleiner Fuzzy. Am Arsch. Ah. Ah. Boah, Leute. Ich werde jetzt erstmal hier... Oder? Ich gucke kurz noch nach der Flasche. Die müsste ja auch irgendwie hier angespült worden sein. Habe ich gehört. Nee. Hier so nicht. Nee. Na gut. Dann erstmal schlafen. Ja, ja. Wir haben es ja jetzt. Ach nee. Wir hatten ja den Hotelgutschein. Vergessen. Den hätte ich dann für den Fall verwenden sollen, falls ich keine Kohle mehr habe. Das wäre doch mal schön. Aber zu spät. Ja, ich habe gut geschlafen. Ich werde hier speichern und dann gucken wir nach der Flasche beim nächsten Mal. Und so weiter und so fort. Ja, bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.